Drei Lügen, die wirklich jedes Mädchen erzählt. Warum macht die Girls das denn immer? Nee, Mann. Aber bevor das Video losgeht, das Plus ist doch noch da. Und den Link hast du auch noch nicht kopiert. Mach es schnell. Ja, Mann. Jetzt alle zusammen. Ja, Mann. Nummer 1. Wenn wir mit euch ein bisschen streiten, wir fragen, ist alles gut? Und du dann zu uns sagst, ja, na klar, ist alles gut, so nerv ich mal nicht. Wir wissen zu 100%. Es ist gar nichts gut. Oh, Mann. Und Nummer 2. Und diese Lüge erzählt wirklich jedes Mädchen, Mann. Ich verstehe es nicht. Und zwar, wenn wir euch fragen, können wir dir irgendwie helfen? Und jeder sagt, nee, lass mich in Ruhe, Mann. Du wolltest doch nicht, dass wir dich in Ruhe lassen. Und die dritte Lüge, die macht wirklich jedes Mädchen da draußen. Auch du. Und zwar, wenn ihr das macht. Das ist zu crazy. Das ist ja unglaublich.